Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge L22 auf der Landkreis Rostock. So, einmal drauf. 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 und Das ist so kurz vor dem Faktor vom runterfliegen. 40k 55 So weiter gehts weiter gehts 18 von 38 Okay. Oh mein, das ist nichts los. Wie scheiße das denn, das mir den Körper macht. Das finde ich nicht gut. Hehe. Ein paar Eiern bringt mir wirklich was, weil ich noch langsamer bin wie vorher. Ach, sie müssen noch drauf, wenn ich mir nicht verzählt habe. Wie ich bin. Fünf. 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 Drei, zwei. Eins. Drei, zwei. Nein. Nein. Doch. Das ist so, dass ich nur noch ein paar Mal machen. Ja, aber langsam nimmt der Fahrt auf... Langsam aber sicher nimmt der Fahrt auf. Aber ich glaube das Reha... Ich werde es deaktivieren. Ich werde es ein bisschen auf mit dem Fahrt auf den Kopf bekommen. Ich glaube das ist ein bisschen mehr auf der Schwaub. Ich werde es ein bisschen mehr auf dem Fahrt 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 auf dem Fahrt. Wir waren aber jung und brauchen das Geld, können wir ja das leiden. Ich hoffe auf der Straße bis zu 3,5 km schneller. Jetzt kommen wir schon mal hier auf 40 km. Wenn wir täuschen, kommt mir das teilweise sofort durch das Reha-Soyop-Nousen-Mustab. Kann da wohl täuschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt schiebt er ordentlich. Und Attacke. Zudele. Guck wieviel das denn gibt. Zudele. scrub. Gluck. Jetzt Karts. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Oh, kein Dippgummi. H20, da kann ich überhaupt nicht heißen, was das ist. Wenn man mal wallern kommt, dann geht er ab. Ach, ein bisschen wallern kommt, gerade bei Steigung, das ist schwierig mit dem Kasten. Ich will mal rüber gucken, was hier gerade so gemacht wird. Ach, ein paar. Bewegung auf dem Komsau von Shredcat. Das sind wir hier auch auf der Rostock. Und der Schweinehof gehört ja jemanden. Ich bin hier aber nicht vorsichtig. Ich muss mal gucken, was es beim Bio mal Heizkraftwerk gibt, wenn ich mich so nicht abgeschlossen habe. Weil das ist mir um einiges näher. Das hier noch ein bisschen runter zu hampeln. Wenn es 60 ging, das war der kleine Mann hier. Aber das ging jetzt ja schwierig. Sehr schwierig. Aber das ist nicht mehr da, wie ein Trailer, Trailer oder Tierhandler. Die Farbe ist wirklich nahin. Und das war noch ein bisschen spannender zu lösen. 15% abtransportiert. Da fahren wir noch ein paar Runden. Das kann man 15% fahren. Das ist auch schön. Das LKW aufs Feld war kritisch. Mehr als kritisch. Der Kiste ist noch ziemlich viel zu sehen. Das ist ein ganzes Ding. Das ist ein ganzes Ding. Das ist ein ganzes Ding. Da klebt sich jetzt wahrscheinlich Barriaklepp sich komplett ein, wenn ich hier mit Dings fahren würde. So, schauen wir mal, wer ist das Bofolge in der Vora bloß, weil es so weit weg ist und der Völbel halt nie aus dem Muskel kommt. Ist noch irgendein Fahrzeug da für Mieten, will ich jetzt ohne. Ihre Daumen bringen wir sowieso einen Schluck. Ja komm, das ist das erste Mal Hühner würde ich sagen. Das nur da, ein bisschen auf dem grünen Zweig kommen. So. 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 up. So. so ist ja mußchöma. so ist ja mußchöma. uven. habe ich doch noch mal. So, da sind wir schon mal oben. So, da sind wir schon mal wieder aktiviert. So, da sind wir vielleicht die Schlängigen weiterfahren dahinten. So, da sind wir jetzt nicht mehr aktiv, weil ich so schnell unterwegs bin. So. 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 So.